Filmbike on Stage, auf den Bühnen dieser Welt, nicht bei Bavaria München, sondern Red Bull Stages, die etwas anderen Perspektiven unter dem Motto ohne Grenzen, mit dem Filmbike Worldwide, auf den Stages dieser Welt, die etwas anderen Dimensionen, dank den kreativen Köpfen Tarek Rasuli und Aaron Chase für mehr Mensch. Danke ich auch Michael Engelmann für die Schlüsselpositionen bei XY ungelöst, denn die Momente für Galacom.tv wurden durch Michael Engelmann gelöst, für mehr Mensch unterwegs zu sein, also das Perspektiven ohne Grenzen. Bis bald. Ein Moment bitte. Bis bald auf weitere originelle Momente. Tschüss.